Herzlich willkommen bei unserem neuen Kanal SolAvana Live. Jawohl, ihr habt es erfasst, die Abstimmungsergebnisse habe ich ausgewertet und wir haben eine eindeutige Mehrheit mit zwei Drittel für SolAvana Live. Einen ganz, ganz tiefen Dankesgruß sende ich in die Runde. Es ist so schön, dass ihr mit uns geht und dass ihr alle so begeistert seid von SolAvana. Ja, und ich kann es ja auch verstehen, der Name SolAvana ist ja auch der Name unserer Erde in der Wirklichkeit und das verbindet uns natürlich sehr und ja, live sind wir sowieso ständig und ihr auch. Ja, und ich kann einfach nur sagen, voller Freude schaue ich in die Zukunft und ja, bin gern für euch da. Habt einen ganz herzlichen Dank. Ab jetzt SolAvana Live. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Heute Abend, oder anders gesagt, einmal im Monat, immer Dienstagsabend, ist die Sendung Zeit für dich. Da bin ich heute Abend für euch da. Das ist gerade der gleiche Tag wie heute und ja, beantworte eure Herzensfragen. Ihr dürft kostenlos anrufen und dann kommt jeden Sonntag wie immer eine Live-Sendung. Vielleicht habt ihr auch schon von unseren neuen, von unseren zwei neuen Playlisten gehört. Einmal geht es darum, schön und heil sein. Da stellen wir mit euch zusammen verschiedene Techniken dar, wie ihr euren Alltag energetisch besser und leichter gestalten könnt. Und die andere Playlist, das andere Thema sind die Heilabende. Ja, und diese Heilabende lege ich euch auch sehr ans Herz, denn die sind der letzte, der allererste, den wir gemacht haben. Und letztes Mal, der war dermaßen energetisch hochwirksam und ja, ich möchte was sagen, er hat richtig reingehauen. Schaut ihn euch nochmal an, wenn ihr möchtet. Und ja, die Katze bestätigt wie immer. Die, die mich kennen, wissen das schon. Schaut euch das nochmal an, wenn ihr möchtet. Und ja, bis bald, bis heute Abend oder bis Sonntag. Alles Liebe, habt eine wunderschöne Zeit. Ananasza, bye bye.